Achtung Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale zusammen mit I4, Bayerwald, ich nutz dich und MG Mosmitz. Guten Tag! Ich flieg da oben Richtung Norden, Richtung Campingplatz. Norden? Norden. Wo ist Norden? Wo ist Norden? Da ist Norden. Nord-Nord-Osten so'n bisschen. Aber ihr könnt auch links zu dem See am Haus. Da ist noch ein Haus. Also ich glaube, ich bin hinter Fresh hier, wenn ich es richtig sehe. Oder rechts zur Baustelle geht auch noch. Ich bin auch beim Campingplatz gleich. Ich auch. Ich flieg zu dem Willen hier rüber. Ich komm zum Campingplatz. Ja, zur Baustelle also. Ich komm von oben. Wir wollen ein bisschen verteilen, was hilft es uns, wenn wir hier auf einem Haufen runterkommen? Ja, da stehen Autos wahrscheinlich. Da kommt einer bei euch runter, der gehört nicht zu uns. Warte, ich hole den. Wer? Ah ne, der Fall war eben nicht sichtbar. Super, ich hab mal wieder 5 Lebenspunkte abgezogen gekriegt. Nice. Ich hab ne Shotgun. Ja, ist ja schön für dich, dass du ne Shotgun hast. Hauptsache bei dir läuft's fresh. Hauptsache bei dir läuft's. Weil ich den da hingeschmissen hatte. Blöder Sack. Ich lauf schon mal Richtung MG, weil da stehen vielleicht Autos rum. Ja, da steht auch eins. Ich mach noch nen Helm. Ein Pickup, oder? Ja. Guck mal unten, ob noch ein Auto steht. Ich geh aber jetzt erstmal ins Häuschen. Ja, ja. Mach dir das. Also hier ist nix mehr. Ins Knusperhäuschen. 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 Lass uns mal hählen. Super. Ich hab Shotgun Moon gefunden, aber keine Shotgun dazu. Ja, ich hab auch noch keinen Rucksack oder sonstiges. Kolbenschlag wär cool, wenn man machen könnte. Ich hab nen Rucksack. Pistole hab ich auch am Start in der M9. Weil da immer auf dem Gelände stehen noch Autos, gell? So, ne Handgranate hab ich auch. Ja, deswegen lauf ich hier grad hin, um zu gucken, ob da noch Autos sind. Also noch weiter. Gehen nicht Handgranate. Handgranate ungut. Wieso? Oh, weil du wieder alle in die Luft jagst. Wieso? Ich jag doch keinen in die Luft. Hier sind drei Rücksäcke in dem doppelstöckigen Haus hier. Rücksäcke. Rücksäcke, genau. Rücksäcke. Rücksäcke. Keine Rücksäcke, sondern Rücksäcke. 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 Sind ja für den Rücken, deswegen Rücksäcke. Achso, ja sag das halt. Hört sich sogar fast. Ich dachte, Rucksack kommt vom Rucken. Ich dachte, es kommt vom Sacken. Rucksack. Ein Sackpack. Ich lauf mal hinter i4 her. i4 kennt das. Eieiei, wie krank sind wir denn heute schon wieder? Hallo, es ist Samstag, da darf man krank sein. Ja eben. Unter der Woche ist aber ein bisschen schlauer. Aber dann hat man zumindest frei. Eifi, ich hoffe, du weißt, wohin du musst. Aber da oben ist es irgendwo ein Haus, ja. Da müssen doch normalerweise die Villen sein. Ja, es kann sein, dass bei mir was ist oder ansonsten dann nach links. Also entweder läufst du mir falsch nach. Hast du beide Häuser schon durch irgendwie? Ich bin ja jetzt im zweiten. Alter, was hier im Muni liegt. Das geht schon, das geht schon. Aber keine Waffe dazu. MG kann gar nichts mehr tragen. Guck mal mit Tab, vielleicht ist die einfach nicht irgendwie im Boden oder so. Wird gespawnt. Ne, ne. Habe ich beides mal gemacht, aber jetzt habe ich meine dritte Handgranate schon eingesammelt. Siehst du und schon haben wir Bayer überholt. Ja. Die Schussköpfe. Ja, ich nehme den Molly auch noch mit. Weil es gar nicht so schön ist. Hier ist kein Auto. Warum ist hier kein Auto? Wo läuft Bayer überhaupt lang? Da unten, oder was? Ja. Ich bin halt zu fett. Ich gehe in den Trailer noch mal. Das glaube ich dir sogar. Einer kann auch den Wohnwagen nehmen dann. Wer hat das Auto? Ja, das ist meins. Okay. Achso, ich hätte beider schon drauf geschossen. So, besser als nix auf jeden Fall. Ich gehe noch einer in den Wohnwagen. Ich nehme den Wohnwagen, ja. Ich gehe noch einmal ganz kurz in das Haus hinein. Ja, ich gehe auch mal kurz in das Haus rein. Wie schalte ich den Motor noch mal aus? Mit K, oder? K. Super. Eine Flashbang liegt hier noch. Oh, hier liegt noch eine A15. Oh, hier ist Shotgun-Munition. Wo habt ihr die jetzt gefunden? Du hast noch einen kleinen Zwischenraum vergessen, wo trockener und Waschmaschine ist. Gut. Ich nehme es dir mal mit. Ne, lass bleiben. Kannst du ja behalten. Naja, ich habe ja keine Shotgun-Munition. Ist noch ein Molotow-Cocktail? Ja, behalt halt. Hier ist noch ein Rucksack heraus. Muni, habe ich, wenn es wäre. Also kriegst du dann. Komm mal zu dir rein, Fresh. Ich war halt... Also hier liegt ja noch gut was rum. Also... Ich war halt mal wieder zu blöd, dass ich es sehe. Also... Sollte ich den... Und strecks Cappy rum? So. Ach, hier ist ein Stahlhelm. Ach, hier ist ein Stahlhelm. Wer ist jetzt? Äh... Eif hier, ich leg dir hier die Shotgun-Mun nieder. Hier liegen noch Stahlhelme rum. Ja, ja. Nur... Uno-Helme sind in dem doppelstöckigen Haus zu Genüge. Genauso wie... Wie... Rucksäcke. Ja, hier... Hier sind auch noch ein Rucksack und äh... Ding. Komm. Jetzt wird nur noch Alex. Ja, ich komm gleich runter. Warte, hier... Ich musste hier eben grad hier noch Munition für die Schutflinte einsammeln. Wo sind sie denn? Wir müssen gleich dann runterfahren. Hier, hinter euch! Wir fahren einfach... Ähm... Komplett südlich, ne? Ja. Wir sitzen schon wieder auf der Ladefläche. Das ist immer unten. Über unsere alte Tankstelle und so. Oh, die... Die Villenviertel... Das Villenviertel ist auch noch... Ja, ja. Wir fahren aber erstmal die Autoroute. Ja, ja. Bin schon dabei. Also einfach die Straße immer entlang. Ja, weil ich brauche nur ein paar Waffen. Ich hab nur Handfeuerwaffen, sonst nix. Ja, hättest du mal was gesagt. Da hinten lag nur ne Schrotflinte. Aber die Munition hab ich davon mitgenommen. Ja, ist erwischt. Wir kommen schon irgendwo vorbei. Ja, irgendwas kriegen wir schon. Ich... Ich hab hier die... Die... Die Monsterwummel. Einfach. Ja. Keilig. Klar. Bäm. 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 Also ich hab jetzt ne AR-15. Ich hab ne Schrotflinte. Und ich hab so ne popelige Pistole. Und ein Loch im Kopf. Ich nur ne M9. Das ist ja übel aus, ey. Ich könnte jetzt na zu voll mal so die Ohren durchblasen. Ja, wir könnten den Helm testen. Wir könnten schauen, wenn wir so schräg auf dem Helm schießen, ob's abbreitet. Da breite ich nix ab. Ob's wieder zurückkommt ins Gesicht. Alle drei tot mit einem Schuss. Ja. Bum 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 bum. Wär lustig. Auf jeden Fall. Wollt ihr hier looten? Wollt ihr ja nicht, oder? Da unten färbt ein Schiet. Bei der... Bei der Tankstelle unten. Ja, interessiert uns nicht. Wollt' ich jetzt so gesagt haben? Ja, 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 ja. Besser Info als kein Info. Was? Wieso? Ja, du bist doch sonst immer so aggressiv. Ich? Ich doch nicht. Deswegen stimmt er auch immer als Erster. Ja, ja, ja. Ich fahr Auto und da ist alles gemütlich. Das ist der MG Agro. Das erste Mal, dass er ein MG Auto fährt, oder? Ja. Zumindest im Battle Royale. In real life würde ich eh nicht mit dem Auto fahren. Ja, hier ist das hier unten in Lone Pine, ist das bestimmt gefährlich. Ach nee. Muss nicht sein. Aber fahr mal hier gleich rechts und dann direkt links die nächste. Weil vielleicht steht da noch ein Auto. Achso, da... Oben auf der Tanke, oder was? Genau, neben der Tanke steht das meistens. Das heißt davon, wenn ich schräg fahr. Ja. Ja, kommt drauf an. Wer fährt? Fährt MG, oder was? Ja, ja. Natürlich. Oh, oh. Wollt ihr hier looten, oder? Nee, nur gucken. Ja, kannst weiterfahren. Dann runter zur Kirche, da gucken. Ah, bei der Kirche fährt jemand. Ja? Ja. Oh. Der ist, glaube ich, links lang. Okay. Nee, da kommt er mir entgegen. Schießt mal. Ja, er fährt weg. Ja, er ist gegen den Baum gefahren. Bayer hat ihn gekillt. Was? Ja, geil! Ja, geil! Sauber! Ja, fahr links lang, fahr links lang. Das war genau ein Schuss. Der kommt wieder, glaube ich, oder? Der hinten läuft noch einer. Der versteckt sich hinterm Baum da. Ja. Boah, geil! Wie massiv ist denn das Ding, bitte? Wo ist der? Wo ist der? Rechts oder links? Ich denk so, hä? War er? Was? Ich hab keinen Schuss abgegeben nur. Ja, genau den richtigen, wie es aussieht. Mit der 45er. Hat gewalt. Gleich ein Headshot, ey. Klasse Scheiße. Ob der grad wohl am Kotzen ist? Ja, der regt sich volle Kanne auf. Halt mal da vorne am Auto kurz an. Jo. Wollte ja wieder Sprit sammeln, ne? Ja, wir brauchen ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen was. Warte mal, ich steig mal aus. Wir haben schon ne Safe Zone im Übrigen. Ja, ja. Hinter uns kommt ein Auto. Ja. Schön. Soll's halt. Einer ist ausgestiegen. Fahr, 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 fahr. Bin tot. Fahr. Ich bin auch tot. Alter. Alter. Alle, die hinten drin sind, sind tot. Ja, und ich auch. Vorne auch. Vorne auch. Wie? Du bist der einzige, der noch lebt. Ja, super. Ja, super, ey. Okay. Also nein. Ciao. Ciao. Oh, Menno. Ey, wie geht denn das jetzt? Sonst bin ich immer der Erste, der verreckt. Warum bin ich jetzt noch auf diesen Scheiß Jeep aufgesprungen? Oh, Menno. Was macht ihr denn? Uns dumm stellen. Super. Ich hab keine Waffe nichts, außer ne beschissene Pistole. Du hast im Kofferraum jetzt voll viel. Von uns. Das equipt. Von uns das equipt. Wirklich? Ah, geil. Ja, du musst einfach nur im Kofferraum gehen. Geil. Du bist quasi am besten equipt. So gut warst du noch nie equipt. Ja. Er muss es aber, er muss jetzt aber erstmal schaffen, den anderen davon zu fahren. Weißt du, da erschieß ich mal ein, weißt? Players killed one. Okay. Jetzt bist du hier vorbeigefahren. Ach. Die sind... Ich bin gar nicht mehr im Auto. Warum? Ne, wir sind ja rausgefallen. Sie fahren hier rum. So, ich hab mir zumindest die AR schon mal genommen. Meine AR. Ja. Steht nicht fest. Bisschen was brauche ich auch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Dann kann ich ja eben erstmal eine rauchen gehen. Die 9. Die Sache ist, wenn MG Auto fährt, gibt er gar nicht und alle anderen sterben direkt. Und wenn einer von uns Auto fährt, stirbt immer MG. Ja, ja. So ist es ungefähr. Der Rest überlebt einfach. Oh, ich fahr mal Richtung Westen. Ich muss dann das Auto noch leer machen. Ei, ei, ei. Das qualmt wie Arschloch. Das ist besser, wenn ich's liegen lass und irgendwo zugrunde richte. Ja, wenn du einmal safe bist, dann geht das. Ja. H9. Du fängst mir hier die Safe Zone bitte an. Ich brauch noch ein Stück. Ah, gut. Ja, komm. Hau ich den Sprit hier raus. Ist doch Wurst. Geil wär's schon, wenn ich jetzt noch Erster werden würde. Es sind ja nur noch 41 Leute. Also, ich bin noch dran in der Lobby, ne? Also, ne? Ja. Wär lustig. Alter, das erste Mal, dass ich nicht als erstes verreck. Ja, und direkt verrecken wir alle. Ja. Nur du nicht. Ne, ich nicht. Ich hab's halt drauf. Heute mal. Hier wird auch geschossen. Super. Find ich nicht toll. Boah, ein neues Auto ist auch nicht am Start. Richtig kacke hier. Ist aber gut, dass das Zeug im Kofferraum dann drin liegt. Mhm. So. Bin auch mal ganz schnell AFK sofort da. Jo, kein Ding. F9. Jo, bin safe. Dann kann ich ja direkt hier jetzt ausräumen. So. Muni alle draus. Ne Pump hätten wir noch am Start. Komm, Granade kommt weg. Pump. Ah, 223er Moon. Muni, Muni. Blauhelm hab ich. Nein, GWI fährt sich's denn mit vier Leichen im Kofferraum. Ah, super. Finde ich super geil. Ach Gott, alle vier rausgeschossen aus dem Auto. Aber Respekt, ohne Scheiß. Ja, ich hab den Fehler gemacht. Ich bin nur auf die Ladebritsche gesprungen. Ich war ja schon herunten. So, die Spark Klax nehme ich auch raus. Zwar qualmt das Auto eh wie Arschloch. Deswegen ist mir das Wurst. Alter, 66 Shotgun Moon. Ja, nur Shotgun ist halt scheiße, gell? Und 100 AR. Ja, das ist okay. Da kann man schon ein bisschen Blei durch die Gegend pusten. Ja. Ich bin zumindest noch safe. 38 Leute sind noch unterwegs. Ja. Ich verdünnisier mich in den Wald. Ich glaub, da bin ich gut unterwegs. Also wenn ich jetzt auf die anderen treffe, seh ich halt aus, glaub ich. Wahrscheinlich, ja. Allein ist es extrem schwer. Also im Endeffekt, du könntest die ja gleich selber erschießen, heisst? Nee, 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 nee. Das halte ich schon durch. Das Gas erreicht auch gleich den Ring. Das kriegen wir schon hin. 36 Leute nur noch. Also, ist ja eh nix. Vielleicht hast du Glück. Kommst durch. Ja, das wär schon mal phänomenal. 35 nur noch. Wenn der Pump wurde, jemand erschossen. Mann und ne Zell, äh, hört hier das Waldstück auf. G9 bin ich jetzt. Ich will hier unbedingt so eine, äh, 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 Funktion, weißt du, zum Zuschauen. Ja, so eine Zuschauerfunktion, wie halt in jedem anderen Shooter einfach. So, nordwest-, äh, nordwestlich hört sich gut an. In die Mitte der Safe Zone mal laufen, dann hab ich meine Ruhe. Das, das wär echt super. Oh shit, da ist ein Polizeiauto. Oh shit. Das ist verlassen. Verlassen ist gut. Ist MG jetzt einfach tot, oder wie? Nee, das ist nicht verlassen, scheiße. Aber gleich. Jetzt kommen sie alle auf einmal wieder. Ich bin jetzt wirklich erst zum Platz gekommen. Ja, ich auch. Oh shit, da wurde ich umlaufen. Naja, dann bin ich halt auch weg. 13er sind wir geworden. Naja, besser ist nix. Tschüss, bis zum nächsten Mal.